Der lange Weg nach Norden, Teil 1 Ich gebe es unumwunden zu, nach acht Jahren hängt mir der Flug Pisa-Hahn zum Halse raus. Anfangs war es noch spannend und es war auch schön, einen vertrauten Trip zu machen. Aber ich glaube, ich bin die Strecke bestimmt schon hundertmal geflogen und immer allein. Es schreit also förmlich nach dem Bedarf an Alternativen. Erst hatte ich Bergamo aufgetan. Das ist etwa so weit wie Pisa und war mal etwas Neues. Aber nachdem Ryanair bei meinem diesmaligen Trip wahre Unsummen von mir verlangen wollte, war dies keine Option mehr. Was für ein Glück, dass ich nur wenige Tage zuvor einen Flixbus an meiner Stammtankstelle hatte stehen sehen. Busse, die gab es ja auch noch. Verschiedene Strecken in Erwägung gezogen und schließlich nannte ich für schlappe 40 Euro ein Ticket von Genua nach Frankfurt mein eigen. Ich fand es sogar richtig gehend aufregend, mal eine Bustour zu machen, bei der man doch endlich mal hautnah erleben konnte, wie viel Strecke man wirklich die 800 Kilometer hoch nach Norden zurücklegt. Um 8 Uhr irgendwas, schließlich zog ich meinen Trolley in Genua, Piazza Principe, zu meinem ersten Bus nach Mailand. Wir fuhren pünktlich ab, der USB-Stecker in der Wand funktionierte, die Klimaanlage verwandelte knappe 30 in kühle 23 Grad. Okay, die Toilette war abgeschlossen, aber zwei Stunden lang würde ich es auch ohne aushalten. Gar kein Problem. Neben mir schnarchte bald ein Koreaner, während ich mir die Landschaft anschaute. Und auf die Minute pünktlich fuhren wir gut gelaunt in den Mailänder Busbahnhof ein. Wo war die Toilette? Einfach dem Strom nach. Bald stand ich in einer äußerst starren Schlange in der Bar an. Muss man hier was kaufen? fragte mich die Frau vor mir. Bäh, non lo so, meinte ich und hoffte, dass ich nicht erst noch einen unnötigen Kaffee würde herunterkippen müssen, um dann mit dem Bon Zutritt zur Toilette zu erhalten. Nein, so war es auch nicht. Die Schlange war so elend langsam, weil es nur eine einzige Toilette gab und einige darin so furchtbar lange brauchten. Eine Gruppe ziemlich erwachsener Pfadfinder, die offenbar draußen geschlafen hatten, füllten einer nach dem anderen ihre Trinkflaschen am Spülbecken. Das hätte ich jetzt nicht getan, aber ich hatte eh sehr gut vorgesorgt. Vielleicht sogar ein wenig zu gut. Nachdem ich endlich den dringenden Punkt erledigt hatte, konnte ich mich meinem Proviant widmen. Was packt man für 15 Stunden Trip ein? Offenbar viel zu viel, denn ich hatte insgesamt 4,5 Liter Wasser dabei, zwei Packungen Kekse, ein Glas Wein im Tetra-Pack und vier Vollkorn-Sandwiches, von denen eines mit Erdnussbutter beschmiert und der Rest mit Senf, Käse und Schinken belegt war. Das Essen im Freien war so eine Sache. Erst belagerten mich Schwarze, die Ware aller Art loswerden wollten, und dann eine mindestens genauso lästige Biene. Irgendwann gab ich auf und suchte stattdessen meinen Bus Richtung Deutschland. Ich hatte ja keine Ahnung, wie groß das Streckennetz dieser Fernbusse inzwischen war. Die Pfadfinder wollten nach Lyon, eine größere Menge Asiaten, nach Venedig. Mein Bus von vorher fuhr zurück nach Genua. Auch nach Rom startete bald einer, und überhaupt waren die Bussteige bis auf den letzten Zentimeter voller Menschen. Ach Mann, da kommen wir ja nie problemlos rein, hörte ich plötzlich auf Deutsch eine nöhlende Stimme in Zeitlupe neben mir sagen. Komm, dann setzen wir uns erstmal wieder in die Sonne, antwortete eine weibliche Stimme im gleichen tranigen Tonfall. Sofort fühlte ich allergische Erscheinungen. Gut, wir standen alle unter Stress. Unser Busfahrer machte sich an die elende Aufgabe, in drei Sprachen durchzugeben, dass er die Koffer nach Städten sortieren wollte. Von allen Seiten wurden ihm Gepäckstücke nach oben gereicht. Ob überhaupt jeder verstanden hatte, um was es ging, war dabei eine andere Frage. Eine vermutlich indische Frau von vermutlich 80 wurde einem Italiener in Obhut gegeben. Sie könnte kein Italienisch, und ob er vielleicht schauen würde, dass sie in Frankfurt aussteigt? Frankfurt ist die Endhaltestelle, da steigen auch die Letzten aus. Aber gut, ich achte drauf. Kam zurück. Alle schoben. Ihr seid nicht besser als Schafe, beschwerte sich ein Mann an der Tür. Meint ihr, ihr verpasst was, wenn ihr nicht die Ersten im Bus seid? Das Schieben ging unaufhaltsam weiter. Wir hatten alle ein Ticket, aber der Herdendrang war doch stärker. Schließlich saß ich auch auf einem Platz für die nächsten Stunden, und zwar da, wo ich eigentlich nicht sitzen wollte. Oben, am Fenster und ohne Steckdose. Wenigstens konnte man viel sehen. Für die Aussicht war das ein gravierender Vorteil. Jetzt konnte die Fahrt nach Norden losgehen.